Garo, ich will nicht. Ähm, ich bin ja da. Ich will trotzdem nicht. Ach, komm, ich bin dann da. Dieses Mal. Stehen zehn Madus auf der Brücke, auf einmal bricht die Brücke zusammen. Warum? Keine Ahnung. Der Klügere gibt nach und jetzt geht's weiter. Geil. Ja, ähm, wo bist du stehen geblieben? In die Kellerarchive, in den Raum rechts. Und jetzt, ich glaube, ich bin immer noch davor. Puh, ich habe irgendwelche unheimlichen Geräusche gehört. So, hier bin ich. Äh, oh, ja. Ähm, Wasserpark, genau. Kann ich weiter? Kann ich die Tür aufmachen, ohne dass ein Vieh kommt? Hat hier irgendetwas gehabt? Tinderboxen oder so? Nein. Ach, schon. Angst. Ich habe gerade irgendetwas Unheimliches gehört. Oh mein Gott. Was ist das? Nee, ich schaue jetzt nochmal hier. Kann ich das Regal irgendwie umschmeißen? Nee, leider nicht. Scheiße. Gut. Was haben wir hier? Irgendwelche Tinderzylinders? Nein. Aber ich habe eine Kiste. Ja, werde ich mit der Box kommen. Willkommen zum ersten offiziellen der Weltmeisterschaft im Boxenwerfen. German Mafia heute gegen irgendwelche Zombies, die irgendwie Fische aussehen und eigentlich nur zum Zahnarzt wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es mit der Folge auf Wiederschauen. Nein, 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 nein. Also jetzt ganz langsam und sagt er die Türe auf. Wie ich schon zu Phil gesagt habe. Oh, die Resolution ist ja sehr gut. Läuft das einigermaßen flüssig für dich? Es läuft flüssig. Okay, kommt da jetzt ein Vieh um die Ecke? Ich bin mal um die Ecke. Nein, da ist es sicher. Da kannst du laufen. Hier diese Türe rein. Moment. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Also hier jetzt rein, ja? Ja, genau. Du siehst auch auf dem Boden, da sind immer so Flecken. Was ist das? Was ist das? Nichts. Es ist nur was zusammengebrochen. Auf dem Tisch ist eine Laterne. Geh hin und hol sie dir. Renn, 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 renn. Ne, du kannst nicht rennen. Du kannst alles locker und legerne. Okay, wo ist eine Laterne? Oh, eine Laterne. Du hast die Laterne aufgehoben. Ist sie mit Öl gefüllt, kannst du mit F oder einem W auf das entsprechende Symbol den Bestand füllen. Wirklich viel habe ich ja jetzt nicht. Gut. Also, wieder bänden. So, ja. Hier sollte auch ein Tinder-Zylinder und eine Box rumliegen. Also... Ah, das war nur das Buch. Scheiße. Ähm, mach dir keine Sorgen. Ähm. Du hörst den In-Game-Sound nicht. Das ist das Problem. Du sagst... Ich kenne den In-Game-Sound, also ich kann das sagen. Ja, ich höre schon wieder irgendwelche kleinen Kraxel-Geräusche. Ich sag dir, ähm... Hier kommt nichts. Wenn du mir sagst, das sind die Kakerlaken, glaube ich dir das. Ähm, es sind Kakerlaken. Also, beziehungsweise... Ähm... Wie heißt der... Der Kakerlaken schon wieder, Phil? Also, ich sehe hier keine... Daniel, genau, Daniel. Doch, hier ist eine Box. Da ist eine... Ein Tinder-Zylinder drin, okay. Und, äh, wie weiter? So, und jetzt, äh... Aber Öl habe ich nicht gefunden, ehrlich gesagt. Und jetzt hier voraus. Da jetzt in... Da in dem Raum? Genau. Okay. Crouchen? Mach mal die Laterne an. Ja, gut. So. Ach, das ist eben hier zusammengebrochen, oder wie? Genau. Der Durchgang. Jetzt kannst du einfach nochmal weiterlaufen. Und... Oh, ich glaube, das war... recht unklug da jetzt. Nö, nö. Okay. Äh, mach die Lampe aus, weil wir haben nicht so viel Öl. Wir müssen Öl sparen. Hahaha. Irgendwas vibriert, wackelt, Angst. Ähm, das ist in den oberen Gemäuern. Also, da musst du keine Angst zu haben. Genau ober dir ist nachher ein Gang, wo anscheinend ein Monster kommt, was gar keins ist. Was ist das hier? Das ist eine Halluzination. Oh, ne kleine Statue. Oh, ich hab... Es hat sich wie so ne Tür oder ein Tor angehört. Ja. Ja, aber diese Statue kann ich irgendwie bewegen, oder? Nö, also das ist jetzt nur so... Ja. Genau wie Bücher, die kannst du einfach rumschmeißen in den Kanten sind. Oh, also hat eigentlich gar keinen tieferen Sinn. Genau. Nur Sachen, die einen blauen Schimmer haben, die sind von Bedeutung. Okay. Ähm, da die Kiste kannst du rausziehen, dann hat's wahrscheinlich was drin. Ja, ich kann sie nicht öffnen aus irgendwelchen Gründen. Dann ist da nichts drin. Ja, Kiste, geh kaputt bitte. Ne, die geht nicht kaputt. Dann kannst du noch viel rumschmeißen. Ist das ein Note? Nein, das ist hier. Nein, 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 nein. Ich hab übrigens sieben Zinderboxen noch übrig, ne? Okay. Was ist da drin? Ähm, nichts, nur Feuer. Ist hier da viel was drin? Kannst du mal nachschauen. Ja. Daniel. Nö, da hat's nichts. Okay. Oh, ein Zinderzylinder. Ein Zinderzylinder. Oh, ein Zinderzylinder. Oh, ein Zinderzylinder. Oh, ein Zinderzylinder. Oh, ein Zinderzylinder. Da ist nochmal so eine Truhe. Die kannst du wahrscheinlich aufmachen. Okay. Nein, das ist die, die wir eben hier durch die Gang geschmissen haben. Die ist dort hinten. Gut, hier hat's nichts mehr. Gibt's hier ne Bibel, die ich mitnehmen kann? Weil ich glaube, ich brauch jetzt Gottes Hilfe. Jetzt noch nicht, später schon. Ah, vielleicht... Ey, ich will mal gucken, ob ich das Buch da reinschmeißen kann. Ne. Vielleicht reinlegen. Aber es wird nicht verbrennen. Wie unrealistisch. Kommt da jetzt ein Film, wenn ich jetzt die Tür aufmache? Nein. Hier kommt noch nichts. Du bist dir wirklich absolut sicher? Tausend Prozent. Hä? Ich kann mich nicht bewegen? Komische Musik? Ne Laterne? Ne, noch nichts machen zuerst. Nein, lass die Not noch liegen. Lass die Not noch liegen. Okay. Laterne an. Ja. Und schau dich mal um. Ähm, ist das irgendwas? Da hinten hat's was. Angst, Angst! Ich hab was gehört! Dann Laterne aus, wenn du was gehört hast. Okay. Ist nichts. Sicher? Ja! Ja, ist nichts. Wart mal, sei mal kurz leise. Kann das der Ofen von nebenan sein? Das kann es. Ich crouch. Oh Gott. Mach zu. Die Tür zu? Mhm. Gut. Gut. Jetzt bist du sicher, falls irgendetwas kommen sollte. Ja, ich hab keinen Schrank. Wenn ein Vieh jetzt reinkommt, bin ich tot. Schön. Ich fühle mich... Ich fühle mich... Siehst du den Schalter? Welchen Schalter? Da, diesen Schalter hier. Ja, genau. Was ist mit dem? Wir tätigen. Wir tätigen. Nach unten, nach oben? Nach unten war's, ja. Noch nicht. Also, jetzt kannst du die Note lesen. Okay. Kommt wahrscheinlich noch eine Flashback. Ich weiß es noch nicht genau. Und dann direkt da rein, oder was? Genau. Also, du musst nicht hektisch sein, weil... Die Tür ist geschlossen und die Monster, die knallen zuerst fünfmal auf die Tür, bis du kommst. Ich weiß nicht, wie viel du erinnern kannst. Ich weiß nicht, ob es noch etwas gibt, nachdem ich diese Träume gesehen habe. Nicht Angst, Daniel. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber kenne das. Ich entscheide, es zu vergessen. Versuch, die Kraft und die Kraft finden in diesem Fakt. Es ist ein Ziel. Du bist mein finaler Effort, um Dinge richtig zu setzen. Gott Willen, der Name Alexander of Brandenburg still invokt bitterer Angst in dich. Wenn nicht, das wird verrückt. Ich kann es ja nicht. Es ist eigentlich nichts Interessantes drin, wenn du nur teest. Ich würde es trotzdem für die Zuschauer mal lesen. Außerdem kann ich so ein bisschen Zeit schicken. Ja, mein Gott. Besser wird es dadurch auch nicht. Eine letzte Sache. Ein Schäden folgt dir. Es ist ein lebendes Schmerz, die Realität abruft. Ich habe alles versucht, und es ist kein Weg, um zurück zu kämpfen. Du musst es so lange, wie du kannst. Veröffentliche uns beide, Daniel. Descends in die Schmerz, wo Alexander wartet und ihn zu töten. Ich will ihn. Dein formerer Selbst, Daniel. Danke. Jetzt hier rein, ja? Ja. Eingangshalle. Passiert da was, wenn ich da jetzt reingehe? Nein, nein. Da passiert nichts. Oh Gott. Willkommen beim Start des Spieles. Jetzt kommen Viecher, oder was? Nein, noch nicht. Noch lange nicht. Oh. Okay. So, ich empfehle dir jetzt erst, links in diesen Gang reinzugehen. Okay. Meine Frage, Garo, wie flüssig siehst du das Spiel jetzt gerade? Sehr flüssig. Sehr flüssig. Alexander, ist es in dem Kastel? In einer Art von sprechen. Komm, bring die Land. Du hast in der Refinery, hast du nicht? Ich glaube nicht, dass ich es habe. Ist es mit dem... Was hast du es? Der Inneren Sanktum. Mein sehr preciestes Schmerz. Also ich weiß gar nicht, was da mir passiert ist. Und es liegt gut über mir. Dieser Raum ist safe. Ich hoffe, du hast recht. Das ist... Ich kann nicht besprechen, wie du hast. Ich meine, ich sage es mal so. Ich habe mir mal so ein paar Screenshots von den Viechern gesehen. Es gibt ja nur zwei verschiedene Viecher von... In diesem Spiel, ne? Die gleichen und die dunklen. Genau. Die mit der Säge und die mit den Krallen. Genau. So, ganz ehrlich. Das eine Vieh mit den Krallen sieht eigentlich, wie gesagt, eher aus wie so ein Fisch, das zum Zahnarzt will. Und der andere sieht irgendwie so aus, als hätten sie denen eine Säge anstatt einem Arm, äh, angenäht. So. Genau. Ja. Hier hat es Rücken. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Ach de. Oh, geh... gehst du... Geh auf! Danke. Da hat es im Fall noch viel Öl. In diesem Gang kannst du Öl holen. Irgendwelche Notes. Ein paar Stühle. Tinder-Zylinders. Und hinter diesen Kisten ist Öl. Eine Kakerlake. Gut. Nee, es geht zur Tür. Achtung, nicht erschrecken. Hier passiert was. Was passiert? Es wird alles rot. Sobald du zur Tür gehst, wird alles rot. Komm, sehe ich so ein Vieh? Jetzt wird alles rot. Sehe ich ein Vieh? Nein, es wird einfach alles... Okay. Mit dem Gewebe. Gut. Ja. Okay, also jetzt mal ganz im Ernst. Ich hätte jetzt das möglich... Unter rot, wenn alles rot steht, habe ich eigentlich eher darunter verstanden, dass jetzt mein Bildschirm rot wird. Aber so... Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Die Tür, meinte ich so. Nun müssen wir... Kann ich laufen, oder? Ja, ja, da kannst du nochmal laufen. Hier, die Treppe hoch. Okay, was ist hier links? Was ist in dem Raum? Ähm... Hier unten links ist, ähm, der Winkel und unten rechts ist, ähm... Das Laboratorium. Jedoch... Was war das? Meine Maus hat sich umgedreht. Ja, ja, das ist, wenn irgendetwas, ähm, passiert, wenn Daniel irgendetwas hört. Das macht er automatisch, aber, naja. Ja, super. Soll... Kommt links? Das soll ihm den Geist angeben. Es kommt nichts. In diesem Raum ist safe. Ich wurde gerade ein MSN angeschrieben. Tut mir leid, das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Tabularium, okay. Aber zuerst runter. Hier runter? Okay. Oh, ein Tinderzylinder. Jetzt gehst du wieder hoch. Moment, hör auf. Hier ist nichts mehr? Nee, ich geh hier gar nicht hoch, okay. Und jetzt hier rechts in die Tür rein. Da rein? Genau. Okay, was passiert in diesem Raum? Nichts. Okay, ich glaube dir, ich glaube dir jetzt. Ich glaube dir blind. Mir musst du vertrauen, weil ich kenne das Spiel. Ich lüge dich nicht an und ja. Ich weiß, dass du mich nicht anlügst. Ich kenne keinen Schweizer, der mich bisher angelogen hat. Ha, ich könnte jetzt gemein sein. Doch, bei der Grammanzahl beim VK. Okay. Hier rechts. Ich höre Viecher. Ja, ja, das ist keine Angst. Hier links. Äh, rechts. Warte jetzt, hier? Genau, hier. Garo, ich kenne die Stelle aus irgendeinem anderen Video von Freaky. Hier kommt ein Vieh gleich. Nein, nein, erst nachher. Und das ist kein richtiges Vieh, das ist nur deine Imagination. Also dein Geist spielt dir einen Streich. Okay. Hier sollst du eine Not auf dem Tisch haben. Da, ja. 16. Mai, 1839. Der unflinchende afrikanische Sonne hat weiterentwickelt, um unsere Expedition zu spüren. Möchtend diese Nacht haben wir ein Passage hinter den Dürren, Leading to a sand-covered stone structure. Tomorrow, I should leave the mail. Möchtend... Möchtend... In den Schubladen ist irgendwas drin? Ja. Tenderzylinder sollte in der Mitte oder oben sein. Da ist ja gar nichts drin. Okay, dann habe ich mich geirrt. Entschuldigung. Ja. Dann musst du raus. Garo. Verdammt. Jetzt, diese Tür ist abgesperrt. Geh mal hin und, ähm... Sie ist offen. Sie ist offen. Okay, dann geh rein. Ist das normal, dass sie offen ist? Ja. Du hast mir eben gesagt, sie ist abgeschört. Wieso kannst du jetzt sagen, dass sie... Nee, da, da, da.